Vereint gelangen die sechs Helden in die Stadt der Erschaffer der Masken. Auf der Suche nach dem legendären Ekiu. Seid vorsichtig, ich kann die Fallen förmlich riechen. Kein Problem, ich tüftle gerade an einem Plan. Na, das kann ja ewig dauern. Hört stattdessen lieber auf mich. Wir sind ein Team, denk dran. Mit deinem Geschrei wächst du noch die Toten. Poato hat recht, seid ruhig. Wir wissen noch nicht, was sich hinter dem Tor befindet. Fragt mich doch, Ned, dann verrate ich es euch. Sie feiern auf uns! Ich hasse Feuer. Begrab sie, Onua! Sie versperren unseren Weg hier raus! Es gibt keinen Weg hier raus. Toa, bleib zusammen! Wo ist denn Liwa?